Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel ganz oft Chlori. Ganz oft Chlori. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe schon. So, und, und, und. Bisschen schneller laden. Ich habe es schwer runtergeladen. Er hat automatisch meinen Account gefunden. So, das finde ich ein megacool Beispiel. Da, da ist mein Account. Eine Pistole, jawohl. Ne, fünfmal. Fünf Pistolen habe ich bekommen. Und, ich werde jetzt erstmal kurz die ganzen Punkte hier abfragen, die mir angezeigt werden. Da, empfohlen. Und, aber hier was? Einfordern. Okay. Oh, hier noch einen. Okay. Und, was ist das hier? Ah, meine tägliche Empfehlung. Warum? Was sind hier denn? Leute, alle. Wow. Meine halbe Armee ist krank. Was haben die Corona? Warte mal, wenn das der Fall ist, werde ich mich lagern. Nein, ich werde mich lagern. Aber hier ist eine Gilde. Was zu blieben. Nein. Naja, machen wir weiter. Tägliche Spitzern. Ach so was, um Sachen zu kaufen. Nö, da brauche ich auch nichts von. Ich habe 99 Nachrichten. Allianz. System. Berichte. 21 Berichte. Mein Blut. Neue Allianz. Verwalten. Verwalten. Neue Allianz. Verwalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Ok Öffnen 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 Einfordern Einfordern Ok Danke Öffnen 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 Was ist das? Okay. Oh, okay. Okay. So macht es doch schon viel mehr Spaß. Was damit? Ah, ab elf. Chint, chint, chint. Ich verhau es von oben. Oh, okay. So, okay. So, okay. Los, siehst du auszählern! Nein! Na, niederladen. Na gut, dann gehts mal weiter. Was ist hier los? Ah, das ist das. Ich glaube, ich brauche ihn. Ein bisschen. Das reicht nicht. Und ja. Ich glaube den hatte ich schon. Ja und jetzt so. Niemand aufleveln. 12. Viel zuviel davon. Ich nehme Rot. Nein, ich nehme Leda. Nein, Rot. Wie viel denn noch? Warum ist der eingebettet? Der ist immer noch eingebett. Ich denke, ich nehme Leda. Ich nehme Leda. t t t ich auch noch 90.000 12.000 Und einen Diamanten brauche ich, um einen Diamanten auf Stufe 6 herzustellen. Wichtig, wichtig. Glaube ich nicht, aber egal. Ich packe den mal ein. Und den? Nein, Lila. Ich weiß nicht, wie das es gibt. Vielleicht noch einkaufen? Gibt es vielleicht doppelt so schnell? Ich glaube nicht, nein. So, und nur noch ein Lila nennen, ein Rot und dann haben wir eigentlich von jedem zwölf. Zwölf Stück. Und noch ein Rot, das wird genau noch passen. Dann kriege ich die anderen Diamanten. Hm. Da muss ich gleich mal nachgucken. Wenn ich die anderen Diamanten kriege. Aha. Muss ich erstmal sozusagen erfinden. Mit 200 zu steigen. Der Zettel. Zwölf. Und kriegt die her. Okay, dann. Äh. Und dann war noch einfach. Okay. Das war's. Dann kommt noch ein Blauer. Und dann kommt noch ein Roder. Und 13, 13, 13. Und die noch mal weiter. Und dann kommt noch mehr. Damit einlaufen. Und dann kommt noch mehr. Und dann kommt noch mehr. Okay, das war's. Aber jetzt hat die paar 10... Und dann hat die Nachrichten noch einmal schon wieder. Puh! Aus dem Video. Ah... Ah... Oh... Achtel! durchsuchen Nachrichten frei. Juppie. So. Hier von bin ich natürlich kein Gold-Fan. Sonst werde ich hier wieder angegriffen. Die habe ich auf jeden Fall. Allianz. Zwei Leute helfen. Ein Wächter. Und da ist die, die wir gezogen haben. Und da war der andere, den ich gezogen hatte. Wo ich sagte, ich glaube, den habe ich. Und das war der neue. Ach nee, die hatte ich schon angehört. Ganz wohl. Okay. Danke für die Empfehlung. Kann ich nicht bauen. Ah. Hm. Hm. Noch was anderes? Als drehen. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Da ist noch viel Sachen. Ach so. Oh. Tschüss. Das war cool. Schiff. Sechs Mal eine Stunde. Schm. Was ist das da unten? Nur lesen, ok. Da ist das X. Die sollten das X irgendwie Weiß hinterlegen und ein schwarzes X raufen. Dann sieht man das schnell. Ja, das war doch jetzt alles hier, oder nicht? Es sind wahrscheinlich nur 5 Felder. Dann werde ich noch hier mal alles nachschauen. Geschenk abholen. Da müsste man irgendwie so einen Buff kaufen, der automatisch das Geschenk abholt, auch wenn du offline bist. Das wäre doch cool. Da würde sich bestimmt rentieren. Kaserne. Ausbilden. Natürlich den Schützen. Und stark. Die Ausbildung. Bombenwerfer. Da oben haben wir noch eine Ausbildung. Falkonet. Ok. Ist das eine Falkonet? Und dann holen. Da haben wir noch was. Stallung. Rätiere. Panzerte weiter. Ja, vielleicht. Spende. 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 Nein, mit Gold möchte ich nicht. Jawohl. Ok, Spende abgeschlossen. Forschung. Auch wichtig. Forschung. Wir machen natürlich Wirtschaft. Ob wenn man angegriffen wird. Egal. Der ist voll. Holzproduktion. Forschung läuft. Und dann haben wir noch. Einfach schnell. Das war beim ersten Mal. Marsch. Ausdauer. Bei Lord komme ich sowieso nicht weiter. Obwohl ich habe jetzt was gekriegt. Vielleicht muss ich das einbauen. Oh, das ist jetzt hier unten. Wie hat sich das hier unten? Wie hat sich das hier unten? Wie hat sich das hier unten? Gemeistert, gemeistert. Ich kann die alten auch reingehen. Oh, ich kann die alten auch reingehen. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Okay, ein Kampf. Oh, gleich der Bosskampf. Nein, was ist denn noch? Und gleich da unten. Da kommt gleich einfach nicht weiter. Endpunkt habe ich. Gut, 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 gut. Hier gibt's noch eine kleine kleine K drone. Ja. Ja. Das ist dein krepp. Ah, dieses Ding ist ja. Ja. also das nicht dann war das noch gut 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 dann war das auch fertig das ist ein das 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 Ah ne, kostet 4, kann doch nicht. Ah, schießen muss ich freischalten. Ne. Wunderkarte. Was soll man da durchblicken? Verrückt. Verrückt. Verrückt sich. Verrückt sich. Verrückt sich. Verrückt sich. Verrückt sich. Wo ist mein Haus? Ja. Vorgant. Ja, 654 km entfernt. Verrückt sich. Ich bin wieder hier. Gut. und es war alles ja gut das war's für heute und 6 und ich stehne macht die heilung schweinig schweinig Gehe jetzt so. Verbessern. Verbessern. Machen. Schauen wir hier nochmal rein. Gut, dann haben wir noch die Lockausdauer. Ach, das ist... Das Marschieren, ne? Jaja. Jaja. Ich könnte so leider zu stark gehen. Gut, dann war's das für heute. Obwohl ich hier noch mal gelegt. Zwei, alle, zwei. Angriff. Mal schauen. Schaffe ich es? Oder nicht? Dauert mir noch ein paar Sekunden. Dauert mir noch ein paar Sekunden. Ach nicht. Sie. Ein Prozent ist gestorben. Überlebt. Ah, sechs Verletzte. Gut. Dann kann ich mal sagen, das war's für heute. Ich hol mir mein Ticket ab und sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.